Servus und herzlich Willkommen zu den Gameswelt Nachrichten am Donnerstag, den 24. Juni. Ich bin wie mit der Pirmin, schön, dass ihr da seid. Morgen gibt's wie immer eine neue Folge Insert Coin. Die Themen heute, neue Spiele im Xbox Game Pass, darum hat Halo Infinite noch keinen Release-Termin, Aliens Fireteam hat einen Release-Termin und neuen Namen und noch ein Gerücht zum Abschluss, Dragon Age 4, da soll anscheinend eine Alpha-Version im Juli geplant sein. Wenn ihr auch in Zukunft immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und drückt jetzt auf die Glocke. Viel Spaß mit den News! Der Monat neigt sich dem Ende, trotzdem bringt Microsoft wie gewohnt den zweiten Nachschub an Spielen im Juni für den Xbox Game Pass. Ab sofort könnt ihr Worms Rumble auf allen Plattformen spielen und Medieval Dynasty auf dem PC. Heute kommt dann noch zusätzlich Iron Harvest und die Prodeus Game Preview auf den PC, sowie Need for Speed Hot Purset Remastered auf Konsole und PC. Am 1. Juli bekommt ihr dann noch fünf weitere Spiele serviert, und zwar Bug Fables The Everlasting Sapling, Gang Beasts, Immortal Realms Vampire Wars und Limbo für alle Plattformen, sowie Banjo-Kazooie Nuts & Bolts für die Cloud. Am 30. Juni hingegen verlassen dann auch wieder, wie gewohnt, acht Spiele den Abo-Service. Halo Infinite ist wohl der Microsoft-Exklusiv-Titel, auf den die meisten warten. Auf der E3 hat man einiges zum Sci-Fi-Shooter sehen können, was man hingegen nicht sehen konnte, ist ein genauer Release-Termin. Bis jetzt heißt es bloß offiziell Herbst 2021. Warum noch kein genauer Termin genannt wurde, verrät nun aber Xbox-Chef Phil Spencer. Zwar hat das Team von 343 Industries offenbar schon ein Zeitfenster von drei bis vier Wochen im Visier, wolle aber trotzdem noch andere Erscheinungstermine von anderen Spielen in diesem Zeitraum abwarten. Man hätte auf der E3 schon einen Termin nennen können, wolle im Nachhinein Halo Infinite aber nicht verschieben müssen. Damit möchte man wohl vor allen Dingen der Shooter-Konkurrenz wie Call of Duty aus dem Weg gehen, das ist durchaus verständlich. Auch beim Koop-Shooter Aliens Fireteam von Focus Home Interactive und Cold Iron Studios regt sich etwas. Zuallererst wurde dem Spiel ein neuer Name spendiert, der fällt mit Aliens Fireteam Elite aber nicht allzu unterschiedlich aus. Zudem erscheint die Alien Huts nun offiziell am 24. August für die Xbox One und Series, die Playstation 4 und 5 sowie den PC. Im dann neuesten Spiel könnt ihr mit bis zu drei Spielern auf die Jagd nach den Xenomorphen gehen. Zur Auswahl stehen dabei fünf Klassen, zahlreiche Waffen und Individualisierungsoptionen sowie 20 Gegnertypen in vier Kampagnen mit je drei Missionen. Und ein Pre-Order Trailer führt euch auch noch vor Augen, was ihr bekommt, wenn ihr das Spiel vorab bestellt. Electronic Arts ist der E3 wie gewohnt mal wieder größtenteils ferngeblieben. Das hauseigene EA Play Live Event fand allerdings nicht wie gewohnt parallel statt, sondern wurde in diesem Jahr einen Monat nach hinten auf den 22. Juli verschoben. Spiele, die dann von vielen erwartet werden, sind etwa Battlefield 2042, wo ja schon an der E3 was zu zusehen war, und FIFA 22. Heiß gehandelt wird allerdings auch Dead Space, Star Wars und seit neuestem Dragon Age 4. Ein Dataminer hat nämlich vorab eine angekündigte Alpha-Datei für den Juli zu Dragon Age 4 im Playtesting ausmachen können. Um was es sich dabei genau handelt, wissen wir allerdings leider nicht. Die Chance, dass wir im Juli aber etwas zu Dragon Age 4 zu sehen bekommen, ist somit definitiv gegeben. Der Release ist aber nach wie vor frühestens 2022 geplant. Das war's wieder mit den Games-Welt-Nachrichten für heute. Wir hören uns dann morgen hoffentlich pünktlich um 19 Uhr nach Insight Coin wieder. Bis dahin macht's es gut! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.